Das wäre ein Service, wenn auf einem Kanal ein Alternativkanzler, nicht? Mein Gott, schon die Programmvorschau, nicht? Kann man mir vorstellen, nicht? Ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer auf meinem Kanal. Hier spricht der Bundeskanzler selbst. Zunächst die Programmübersicht. Die hat ja nicht jeder, kann man ja nicht verlangen, aber ich hab sie. Um 20 Uhr meine handverlesene Nachrichten. Dazu der Tageskommentar, Apartheid oder Arbeitslosigkeit. Linke Pauschalurteile im Lichte zurechtgerückt. Im Hauptabendprogramm dann um 20.15 Uhr der Bericht, und mein Bericht natürlich, zur Lage der Nation, wobei Lage eine falsche Formulierung ist, geht von einer völlig falschen Prämisse aus. Hier ist der Stand der Dinge viel angemessen. Alles andere ist eine Kontradiktion in EOY. Sie lachen und haben es überhaupt nicht verstanden. Als Kontradiktion in Actiecto können Sie dann um 23 Uhr das Kreuzverhör sehen. Wolf Feller, Rudolf Mühlfenzel und Günter von Lodjewski nehmen mich in eine kontroversen Diskussion. Da werden wir was zu lachen haben. Kurz vor Mitternacht, dann 5.12 Uhr in unserem wissenschaftlichen Programm, der Strahlflug Führerschein. Sublimierung oder Kompensation des Komplexes. In diesem Zusammenhang weise ich zurück, dass es irgendwelche Leute geben soll, die Angst haben mit mir zu fliegen. Das ist Lüge, Verleumdung, saudummes Geschwätz. Diese Angst dieser Leute ist vom Fliegen völlig unabhängig. Meine Damen und Herren, ich habe bereits 2000 Landungen erfolgreich hinter mich gebracht. Von den Staaten gar nicht zu reden. Und als Abschluss dann unseres heutigen Programms in meinem Kanal sehen Sie anlässlich meines 70. Geburtstags ein kleines Ständchen, das wir live von der Internationalen Funkaufstellung in Berlin übertragen. Wir sind gerade hier im Studio C in der Senderfreies Berlin und proben gerade. Ich darf einmal die Kamera 1 bitten, immer auf mir zu bleiben. Die Kamera 2 und 3 geht aufs Publikum. Wir singen jetzt gemeinsam Happy Birthday to me. Sie singen natürlich to you. Die entscheidende Strophe heißt dann dir Franz Josef. Ich sing natürlich mir Franz Josef. Ich darf Sie jetzt einmal gemeinsam bitten, die Introvertierten können sich noch einen Moment zurückhalten. Herr Staatskanzleimeister, bitte den Ton. Herr Kapellmeister, bitte den Ton. Happy Birthday. Noch einmal, noch einmal. Alle singen mit. 1, 2, 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Lauter und noch einmal. Happy Birthday. Mir Franz Josef. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Floortt plas. Happy Birthday.